Bekannten, berühmten Richter, müsst ihr euch vorstellen, haben sie zwei, weil das Volpe jetzt gerade einmal ganz ein strenger Richter, das ist sehr, sehr streng, also war ein lieber Freund, aber sehr, sehr streng und da ist er, müsst ihr euch vorstellen, da haben sie zwei Häfenblöd und da hat er da nicht gesagt, warum bist du im Häfen? Ja, hat er gesagt, hat er gesagt, weißt du, bei mir war das ganz blöd und hat er gesagt, ich habe ein Geld ausgefunden, bevor es der andere verloren hat. Ah, hat er zwei, die gesagt, siehst du, bei mir war das noblöd und hat er gesagt, ich habe mal nicht geschnackt, bevor es mich lassen hat, gell? Ah, noblöd, gell? Oder zum Beispiel, da war ein ganz streng der Herr Ratz, hat er zum Beschuldigten, hat er gesagt, hat er gesagt, Herr Angeklagter, hat er gesagt, was wollen Sie lieber, ein Monat oder 300 Euro? Ah, hat er Angeklagter, gesagt, dann nehme ich lieber das Geld, gell? So, auf, jetzt geht's an. Jetzt ist schon wieder was passiert. Sagdrüğeng ponto. Bei mir ist es ein paar Zwischendurch-Pöln, das hilft aber nichts. Wir sind jetzt Zwischendurchsn, wir sind jetzt auch alle Gew photo und auch in Naye-Barn-Art Euro, ne? Aufовых müssen wir uns irgendwie´n, und so, wenn wir uns sind, wie bei namens auch ein paar Sheik, und dann surren wir'n, und soін' ich, ich muss im Gehenprinzen, Einmal hier und einmal dort, schweiß mein Ziel, auch immer vor. Ja, die Welt, mein lieber Schatz, ist ein riesen, großer Platz. Immer in uns ist der Schöpfer, nicht nur seine See. Ich schick dir ein Puss, ich schick dir ein Gruß. Ich schick dir ein Puss, ich schick dir ein Puss. Ich schick dir ein Gruß, ich schick dir ein Puss, ich schick dir ein Puss, ich schick dir ein Puss. Musik Das war's für heute. Vielen Dank.